Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den Vergleich des Samsung Galaxy Tab S6 Lite und dem Samsung Galaxy Tab S7 FE. Beide Tablets hatte ich jetzt mindestens ein halbes Jahr im Alltag im Einsatz und welches Tablet am besten zu euch passt, das erfahrt ihr hoffentlich in diesem Video. Viel Spaß! Das Tab S6 Lite, das in der Regel für circa 300 Euro zu haben ist, als auch das Tab S7 FE, das in der Regel für circa 450 Euro zu haben ist, zielen auf die gleiche Zielgruppe ab. Und zwar auf Leute, die produktiv mit dem Stift und dem Tablet arbeiten wollen, ein Android-Betriebssystem haben wollen und dabei nicht zu viel Geld fürs Arbeitsgerät ausgeben wollen. Die beiden Geräte trennen trotzdem circa 150 Euro Aufpreis und ob das Tab S7 FE diesen Aufpreis wert ist oder ob man vielleicht doch lieber zum Tab S6 Lite greifen soll, darum soll es in diesem Video gehen. Noch als kleine Information am Rande. Ich habe beide Tablets selbst gekauft und dementsprechend unabhängig von irgendwelchen anderen Firmen. Außerdem habe ich beide Geräte in der WiFi-Variante getestet. Bevor ich auf die Unterschiede der beiden Tablets eingehe, komme ich erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Die erste Gemeinsamkeit beider Tablets ist vermutlich auch gleichzeitig die wichtigste. Und zwar der mitgelieferte S-Pen, also der Stift von Samsung, im Lieferumfang. Außerdem haben beide Tablets das 16 zu 9 Bildschirmformat und laufen mit dem Betriebssystem Android 11. Weiterhin haben beide Tablets einen USB-Typ-C Anschluss, auch wenn diese sich speziell nochmal voneinander unterscheiden. Und außerdem haben beide Tablets 64 GB internen Speicher, in der kleinsten Konfiguration 4 GB Arbeitsspeicher und sind auch beide via MicroSD erweiterbar mit bis zu einem zusätzlichen Terabyte. Wichtig ist auch, dass beide Tablets gleichermaßen eine hervorragende Akkulaufzeit haben und außerdem haben beide Tablets ein gut verarbeitetes Metallgehäuse. Um die Unterschiede beider Tablets aufzuzeigen, gehe ich jetzt die verschiedensten Kategorien durch, die ich euch unten auch in den Timestamps verlinke. So könnt ihr auch direkt dahin springen, was euch am meisten interessiert. Kommen wir nun zum Display. Das Tab S7 FE hat ein riesiges 12,4 Zoll LCD Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln, wo wir auf eine Pixeldichte von 243 Pixel pro Zoll kommen. Das kleinere Tab S6 Lite hingegen hat ein 10,4 Zoll LCD Display mit einer Auflösung von 2000 auf 1200 Pixeln und hier kommen wir auf eine Pixeldichte von 224 Pixel pro Zoll. Obwohl die Pixeldichte sehr nah beieinander ist, empfinde ich das Tab S7 FE als schärfer. Das merke ich auch, wenn ich beide Geräte im konkreten Vergleich nutze. Allerdings ist die Farbabstimmung der Displays anders. Das habe ich auch bei mehreren Tab S6 Lite und S7 FE verglichen im Freundes- und Familienkreis. Und hierbei tendiert das Tab S7 FE dazu, die Farben eher grünlicher und gelblicher darzustellen, wohingegen das Tab S6 Lite die Farben eher rötlicher darstellt. In meinen Augen weichen beide Tablets nur ganz leicht von der optimalen Kalibrierung ab, aber es fällt halt trotzdem mit bloßem Auge auf. Der allergrößte Mehrwert ist sowieso das größere Display vom Tab S7 FE, denn dadurch kann man viel besser Multitasking anwenden. Man kann zum Beispiel links, in meinem Fall jetzt eine Vorlesung online offen haben und rechts gleichzeitig darauf schreiben. Das kann das Tab S6 Lite per se auch, aber es ist viel angenehmer, wenn man dafür einfach mehr Fläche zur Verfügung hat. Dementsprechend ist das in meinen Augen wohl der größte Unterschied. Schauen wir uns nun die Anschlüsse beider Tablets an. Wenn wir uns das Tab S7 FE anschauen, sehen wir hier einen USB Typ C Anschluss, genauer einen Typ 3.2 Anschluss. Dieser ist in der Lage zum einen Daten mit einer sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeit zu übertragen. Außerdem kann man da unter anderem Monitore anschließen. In meinem Review zum Tab S7 FE zeige ich zum Beispiel, wie ich meinen Monitor als Dockingstation verwende und so sowohl mit Tastatur und Maus auf dem Tablet arbeiten kann. Außerdem haben wir einen Einschub für eine Micro SD-Karte und das war es auch schon beim S7 FE. Beim S6 Lite haben wir ein bisschen mehr. Da haben wir nämlich zum einen einen USB Typ C Anschluss. Dieser ist allerdings ein USB 2.0 Anschluss, das heißt der taugt nur zum Laden und zur Datenübertragung. Monitore kann man damit, soweit ich weiß, nicht anschließen und auch die Datenübertragung ist deutlich langsamer. Jedoch bekommen wir hier noch einen zusätzlichen AUX Anschluss für Kopfhörer oder Mikrofone und ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir den beim Tab S7 FE nicht mehr haben. Die Gehäuse der beiden Tablets bestehen beide aus Metall und bei beiden ist in meinen Augen die Verarbeitung hochwertig und beide sind so ziemlich gleichauf miteinander. Das Tab S7 FE wiegt 610 Gramm und das Tab S6 Lite wiegt 465 Gramm. Das ist ein Unterschied, den merkt man definitiv, wenn man sie mit einer Hand hält. Wenn man es aber mit zwei Händen hält oder auf dem Tisch, dann relativiert sich das ganze wieder. Die Abmessungen blende ich euch unten ein. Kommen wir nun zur Performance, also der Leistung bei der Tablets. Beim Tab S7 FE finden wir einen Qualcomm Snapdragon 778G in der Wi-Fi Variante und einen Qualcomm Snapdragon 750G in der 5G Variante. Die unterscheiden sich dahingehend, dass die Wi-Fi Variante komischerweise deutlich leistungsfähiger ist als die 5G Variante, weshalb ich generell da erstmal jedem zur Wi-Fi Variante raten würde. Wenn wir uns hingegen das Tab S6 Lite anschauen, finden wir hier einen Samsung Exynos 9611. Um die Chips leistungsmäßig mal einzuordnen, kann man sagen, dass der Chip im Tab S7 FE in der Wi-Fi Variante ungefähr vergleichbar ist mit den Chips, die in der Tab S7 und S7 Plus Reihe verbaut waren, wohingegen der Tab S6 Lite Chip definitiv ein Chip der unteren Mittelklasse ist. In Benchmarks habe ich festgestellt, dass er ungefähr vergleichbar ist mit der Performance von meinem Samsung Galaxy S6, also dem Smartphone, das 2015 rauskam. Der Snapdragon 750G, den wir in der 5G Variante des Tab S7 FE finden, ist leistungsmäßig irgendwo zwischen den beiden Prozessoren einzuordnen. Den meisten von euch wird das Ganze jetzt nicht so viel sagen, aber ich bin der Meinung, hier wird es noch mal interessant. So Dinge wie Browsen, YouTube oder einfache Spiele klappen auf beiden Tablets erstmal problemlos. Rein subjektiv würde ich sagen, dass das Betriebssystem beim Tab S7 FE meistens ein bisschen flüssiger läuft als beim Tab S6 Lite, das heißt man hat noch mal weniger Ruckler und generell fühlt es sich flüssiger an, aber der Unterschied ist nicht besonders groß. Wo ich den Leistungsunterschied im Alltag aber am meisten bemerke, ist zum Beispiel beim Export selbstgeschriebener, großer Samsung Notes Daten. Hier kann es durchaus mal sein, dass ich, wenn ich eine PDF, die ich selbst geschrieben habe, bei einem Tablet exportiere, das 20 Sekunden und länger dauern kann. Und hier merkt man eindeutig, dass das Tab S7 FE die Nase vorn hat. Ich blende euch hier auch mal nebenbei einen Vergleich ein, wo ich mit beiden Tablets die gleiche PDF Datei exportiere und in meine Cloud hochlade. Da könnt ihr selbst sehen, dass es schon was ausmacht. Ich finde die Mehrleistung im Tab S7 FE ist definitiv nice to have und ich möchte sie eigentlich auch nicht mehr hergeben. Aber keine Sorge, mit dem Tab S6 Lite kann man trotzdem noch problemlos arbeiten und sollte man keine anspruchsvollen Spiele spielen, wird man da auch nicht an die Grenzen des Tablets kommen. Nun zum Thema Speicher. Wie bereits am Anfang erwähnt, haben beide Tablets in der kleinsten Konfiguration 64 GB internen Speicher, haben 4 GB Arbeitsspeicher und können per Micro SD Karte auf bis zu einem TB zusätzlichen Speicher erweitert werden. Welche Micro SD Karte ich verwende, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Während soweit mir bekannt das Tab S6 Lite in keinen anderen Speicherkonfiguration angeboten wird, kann man das Tab S7 FE auch mit 128 GB und 6 GB RAM aber auch mit 256 GB internen Speicher und 8 GB RAM kaufen. Jedoch würde ich immer zur günstigeren Variante greifen, denn den Aufpreis ist es mir einfach nicht wert und da ich eine SD Karte verwenden kann, um den Speicher aufzurüsten, sollte das auch kein Problem sein. Nun kommen wir zur Stärke der beiden Tablets und zwar dem Akku. Generell kann man sagen, beide Tablets schaffen problemlos die 10 Stunden Screen On Time am Tag. Beide haben sehr geringe Standby Verbräuche, also nicht auffällig und auch wenn das nicht sonderlich schwer ins Gewicht fällt, kann ich trotzdem sagen, dass das Tab S7 FE nochmal so 1 bis 2 Stunden mehr Screen On Time schafft gegenüber dem Tab S6 Lite, aber das sollte in meinen Augen nicht allzu stark ins Gewicht fallen, denn beide Akkulaufzeiten sind einfach super. Wenn wir uns dann das Laden anschauen, dann wird der 10.090 mAh große Akku des Tab S7 FE mit bis zu 45 Watt geladen, wohingegen der 7040 mAh große Akku des Tab S6 Lite mit höchstens bis zu 15 Watt geladen werden kann. Das führt lustigerweise dazu, dass das Tab S7 FE trotz des deutlich größeren Akkus schneller geladen wird als das Tab S6 Lite. Ich habe hier einfach mal testweise beide Tablets geladen nebeneinander und das Tab S6 Lite hat mit meinem 45 Watt Schnellladegerät von Samsung die 15 bis 100% in circa zwei Stunden geschafft, wohingegen das Tab S7 FE das gleiche in circa eineinhalb Stunden schafft. Das 45 Watt Schnellladegerät, das ich für alle meine Geräte außer mein Notebook verwende, verlinke ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zum Thema Software und Updates. Wie anfangs schon erwähnt, laufen beide Tablets aktuell mit Android 11 und auch beide haben die Aussicht, dass sie in der Zukunft Android 12 bekommen werden. Außerdem läuft auf ihnen Samsungs eigene One UI. Wer ein Samsung-Gerät hatte, kennt die bereits, das ist einfach eine Design-Geschichte und außerdem haben sie einige Zusatzfunktionen. Beim Thema Updates gibt es dann aber einen markanten Unterschied, denn wie ihr vielleicht wisst, ist das Tab S7 FE im Jahr 2021 rausgekommen und das Tab S6 Lite im Jahr 2020. Dementsprechend konnte ich jetzt aus dem Internet entnehmen, die Links sind unten in der Videobeschreibung, dass beide Tablets erstmal zwei große Android-Updates garantiert bekommen. Das würde bedeuten, dass das Tab S6 Lite bis Android 13 große Android-Updates bekommt und das Tab S7 FE bis Android 14. Außerdem bekommen beide Tablets vier Jahre Sicherheits-Updates, das heißt selbst beim Tab S6 Lite bekommt man noch mindestens zweieinhalb Jahre regelmäßige Sicherheits-Updates. Trotzdem wollte ich anmerken, dass man einfach beim Tab S7 FE noch ein Jahr länger Updates und Sicherheits-Updates bekommt. Wenn wir uns die Konnektivität anschauen, also Bluetooth und WLAN, dann bekommen wir beim Tab S7 FE den neuesten WLAN 6 Standard und den Bluetooth 5.2 Standard, wohingegen wir beim Tab S6 Lite nur den Bluetooth 5.0 Standard haben und den WLAN 5 Standard. Ich selbst muss aber sagen, habe im Alltag überhaupt keinen Unterschied gemerkt hinsichtlich der Verbindungsgeschwindigkeit und hatte auch mit keinem der Geräte im Alltag, die ich nutze, Probleme hinsichtlich der Bluetooth-Verbindung. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass das in der Kaufentscheidung also stark ins Gewicht fallen sollte. Die Bedienung bzw. das Handling ist in meinem Augen stark subjektiver Punkt. Trotzdem wollte ich es ansprechen, denn zum einen ist rein von der Größe her das Tab S6 Lite einfach deutlich schöner in der Hand zu halten und es ist auch deutlich leichter. Und außerdem unterscheiden sie sich auch in der Bedienung, denn generell laufen beide mit dem gleichen Android 11 und der One UI. Aber dadurch, dass Android nicht besonders gut für Tablets angepasst ist, ist es beim Tab S7 FE einfach die gleiche Oberfläche, das gleiche Aussehen wie beim Tab S6 Lite, aber nicht angepasst. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass alle Apps einfach größer angezeigt werden, aber nicht irgendwie effizienter, dass man zum Beispiel aufgrund des breiteren Displays links noch was anderes angezeigt bekommt, als auf der rechten Seite. Beim Multitasking ist es natürlich ein Vorteil, aber generell die meisten Apps werden einfach für größer dargestellt und das finde ich ein bisschen schade, dass hier der Größenvorteil vom Tab S7 FE nur selten ausgenutzt wird. Außerdem gefällt mir die Tastatur auf dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite besser, da einfach die Tasten nicht so weit auseinander sind und sich die Tastatur nicht über das ganze Display streckt. Das ist einfach der Größe geschuldet. Das Tab S7 FE ist einfach kein handliches Gerät mehr. Kommen wir nun noch zu den Lautsprechern. Als ich das Tab S6 Lite zum ersten Mal ausgepackt und zum ersten Mal auch gehört habe, war es das beste mobile Gerät von den Lautsprechern her, die ich bisher überhaupt wahrgenommen habe. Dementsprechend sind die Lautsprecher für so ein kleines kompaktes Gerät, zum zum Beispiel Film und Videos darauf anschauen, richtig richtig gut. Überrascht wurde ich dann vom Tab S7 FE, weil das noch mal bessere Lautsprecher hat. Der Unterschied ist nicht mehr besonders groß, aber wenn man die beiden Geräte im Vergleich nebeneinander anhört, dann hört sich das Tab S7 FE nochmal ein bisschen voluminöser an, was auch einfach daher kommen könnte, dass das Gehäuse größer ist und dementsprechend größere Lautsprecher verbaut werden können. Und was ich nicht explizit getestet habe, aber trotzdem noch mal erwähnt haben möchte, sind die Kameras. Generell taugen bei beiden Tablets die Kameras dazu, dass man zum Beispiel PDFs und Blätter einfach abfotografieren kann und in Dokumenten hinzufügen kann. Allerdings bin ich der Meinung, ich kaufe mir ein Tablet nicht, um damit Landschaftsfotos zu machen. Dementsprechend teste ich das nicht weiter. Was mir allerdings an der Frontkamera aufgefallen ist, ist, dass beim Tab S7 FE die Linse auf der langen Kante angebracht ist. Das heißt, wenn ich das Tablet im Querformat vor mir aufstelle und dann in der Videokonferenz bin, dann passt alles. Beim Tab S6 Lite hingegen ist die Kamera auf der kurzen Seite angebracht. Das heißt, ich muss es hier längs drehen, also schmal vor mich drehen, damit die Kamera mich korrekt einfängt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in der Konferenz bin und das Tablet hinstelle mit meiner Hülle, dann werde ich aus dem ziemlich ungünstigen Winkel abgefilmt. Das gibt es vielleicht zu erwähnen. Das ist so ein kleiner Nachteil des Tab S6 Lite. Davon würde ich aber meine Entscheidung auch nicht abhängig machen. Bevor ich zu meiner persönlichen Entscheidung komme, zeige ich noch kurz die markanten Unterschiede bei den Tablets noch mal kurz auf. Zu den Vorzügen des Samsung Galaxy Tab S6 Lite wäre zum einen, es ist einfach 150 Euro günstiger, es ist klein und handlich und hat einen 3,5 mm Klingenanschluss, den ich Samsung sehr nachtrage, dass sie ihn nach und nach aus den Geräten verbannen. Die Vorzüge des Tab S7 FE sind allerdings das größere Display, das ich wirklich zu schätzen gelernt habe beim Arbeiten, die bessere Performance, ein Jahr längere Updates und die Möglichkeit über den USB 3.2 Port auch Monitore anzuschließen. Zum guten Letzt gibt es nur noch eine Frage zu beantworten und zwar wie habe ich mich entschieden? Um es kurz und schmerzlos zu machen, mein Daily Driver ist inzwischen das Tab S7 FE. Das kommt einfach daher, dass ich das große Display sehr im Alltag lieben gelernt habe, dass ich super gerne damit arbeite und es auch nicht mehr hergeben möchte, auch wenn es anfangs etwas klobig war. Außerdem merke ich auch im Alltag die bessere Performance, denn da ich zum einen wegen des Studiums und zum anderen wegen eines Nebenjobs öfters mal PDFs exportieren muss, merke ich es halt trotzdem, ob man beim Export von 20 PDFs, naja, zwei Minuten länger oder zwei Minuten weniger braucht. Dementsprechend sind die 150 Euro Aufpreis des Tab S7 FE gegenüber dem Tab S6 Lite auf jeden Fall gerechtfertigt. Jedoch muss man die nicht ausgeben, um ein zuverlässiges, gutes Arbeitsgerät zu erhalten. Wer jedoch einfach ein kompaktes und handliches Gerät haben möchte oder einfach nicht so viel Geld fürs Tablet ausgeben möchte, ist beim Tab S6 Lite immer noch sehr gut bedient. Denn hier bekommt man ein Tablet zu einem super guten Preis-Leistungs-Verhältnis und das wird euch trotz der geringeren Performance die nächsten Jahre sicherlich noch gut begleiten. Abschließend hierzu möchte ich noch sagen, dass man natürlich auch für das gleiche Geld wie das Tab S7 FE beinahe schon ein Galaxy Tab S7 bekommt. Trotzdem denke ich, dass die Geräte sich in unterschiedlichen Zielgruppen befinden, denn das Tab S7 FE kommt eben zu diesem hohen Preis wegen eines guten OLED 120Hz Displays und anderen High-End-Features, wohingegen das Tab S7 FE einfach in diese Preisregion gelangt, weil es ein sehr großes Display hat, sodass man es eigentlich eher mit einem Tab S7 Plus oder inzwischen ja mit dem Tab S8 Plus vergleichen muss. Das war's von mir in diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den beiden Tablets haltet und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!